Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in Bobbyversum und zu einer neuen Folge von Bobfrieds Bilderbuch. In der heutigen Folge schauen wir uns ein Bild für den Mönch an und zwar ist das der GR-Bild zu dem neuen Itemset Muster der Gerechtigkeit. Das neue Mönchset wurde in der finalen Version des Patches 2.6.7 nochmal überarbeitet und hat jetzt auch endlich die Stärke, die sich viele Spieler dafür gewünscht haben. Wir werden uns jetzt im Verlauf des Videos als allererstes das Skillset anschauen, danach sage ich was zur benötigten Ausrüstung, den Gegenständen in Kanais Würfel, den Paragon Punkten, aber natürlich auch zu den legendären Edelsteinen. Abschließend könnt ihr euch natürlich auch immer nochmal ein bisschen Gameplay angucken, um vielleicht zu entscheiden, ob das Ganze auch euch Spaß machen könnte. Die zuvor eingeblendete Bewertung des Bildes ist selbstverständlich nur meine ganz persönliche Meinung. Losgehen soll es jetzt aber erstmal mit dem Skillset. Dieses sieht wie folgt aus. Die linke Maustaste ist belegt mit der Gewitterfront und der Rune Gegenwind. Auf der rechten Maustaste der Lichtblitz mit der Rune Glaube an das Licht. Die 1 ist die Offenbarung mit der Rune Wüstenschleier. Auf der 2 Gleichmut mit Aufstieg. Die 3 Mantra der Entrückung mit der Rune Wendigkeit. Und auf der 4 ist es der reißende Wind mit der Rune Meister des Windes. Bei diesem Skill spielt allerdings die gewählte Rune überhaupt keine Rolle, denn wir haben durch das Set, welches wir tragen, sowieso Zugang zu jeder Rune des Skills. Die passiven Fertigkeitsslots habe ich belegt mit Unbeugsamkeit, unerbittlicher Angriff, Harmonie und Fanal von Ither. Insbesondere bei den passiven Fertigkeiten haben wir hier noch ein bisschen Spielraum, um das Ganze sogar noch etwas defensiver zu gestalten. Wir könnten Unbeugsamkeit rausnehmen und dafür entweder den Pfad des Wächters, welches uns mehr Ausweichchance gibt, oder aber die Nahtoderfahrung mit reinnehmen, welche uns einfach ein zweites Leben mit ins Gepäck packt. Insbesondere im Hardcore-Modus kann ich euch das nur dringend empfehlen. Generell ist es so, dass wir hier in diesem Skillset nur einen Skill haben, mit dem wir wirklich signifikanten Schaden an unseren Gegnern verursachen. Das ist der Skill Gewitterfront und hierbei ist es tatsächlich auch so, dass der eigentliche Schaden aus der Rune des Skills Gewitterfront kommt. Da ist es so, dass wir den Skill kanalisieren müssen, wir sammeln dadurch Stacks zusammen. Mit diesen Stacks erhöhen wir dann den Schaden der Explosion, die wir auslösen, in dem Moment, wenn wir das Kanalisieren beenden. Ist also eine ganz interessante Mechanik, dadurch entsteht auch ein interessanter Spielstil, wie ich finde, ist aber vielleicht auch tatsächlich nicht jedermanns Sache. Die restlichen Skills im Skillset sorgen dafür, dass wir überleben und dass der Schaden der Explosion, die wir dann erzeugen, auch noch umso größer ausfällt. Die Fertigkeiten, die zur Sicherung des Überlebens da sind, ist zum einen die Offenbarung. Mit der Rune Wüstenschleier erleiden wir 50% reduzierten Schaden. Dann haben wir Gleichmut mit Aufstieg. Das sind 4 Sekunden Unsterblichkeit. Und auf der 3 ist es das Mantra der Entrückung. Wenn wir das ausführen, erhalten wir noch einmal eine deutlich erhöhte Ausweichchance, was natürlich auch unserem Überleben zugutekommt. Der Skill Lichtblitz ist tatsächlich dafür gedacht, unseren Schadensoutput nochmal zu erhöhen. Das heißt, wir kanalisieren, wie gesagt, unsere Gewitterfront. Und kurz bevor wir aufhören, das zu kanalisieren, aktivieren wir den Lichtblitz, lassen dann den Skill Gewitterfront los, sodass die daraus resultierende Explosion zum einen diese 29% erhöhten Schaden aus der Rune Glaube an das Licht erhält. Und zum anderen triggern wir dadurch unsere Armschienen, die wir tragen, sodass unser Schaden von Gewitterfront nochmal enorm erhöht wird. Damit kommen wir dann auch zur benötigten Ausrüstung. Und ihr findet, wie immer, unten unter dem Video einen Link zu einem Charakterplaner. Dort könnt ihr euch jedes Ausrüstungsteil ganz in Ruhe einzeln anschauen und seht, welche Stats dort optimalerweise auch drauf sein sollten. Und könnt das Ganze dann auch wirklich ganz in Ruhe nachbauen. Wir kombinieren bei dieser Spielweise zwei Item-Sets miteinander. Das ist zum einen das klassenspezifische Item-Set Muster der Gerechtigkeit vom Mönch. Auch dieses Item-Set bringt natürlich drei Set-Boni mit sich. Diese lesen sich wie folgt. Reißender Wind erhält den Effekt jeder Rune. Außerdem wird die Bewegungsgeschwindigkeit für jeden Stapel von reißender Wind um 5% erhöht. Der Vierer-Set-Bonus Angriffe mit Gewitterfront reduzieren euren erlittenen Schaden um 50% und erhöhen die Geisteskraftregeneration um 50%. Der Sechser-Bonus, wenn reißender Wind aktiv ist, erhöhen Treffer mit Gewitterfront die Ausdehnung von reißender Wind und sie erhöhen außerdem jeglichen verursachten Schaden um 15.000%. Vom Item-Set Muster der Gerechtigkeit sind fünf Gegenstände am Charakter angelegt und wir kombinieren das Ganze dann mit Captain Karmesens Garderobe. Das ist eines von diesen überarbeiteten Crafting-Sets, die wir beim Schmied herstellen lassen können. Dieses Set bringt zwei Set-Boni mit sich. Der Zweier-Bonus regeneriert 6000 Leben pro Sekunde, reduziert die Abklingzeiten aller Fertigkeiten um 20%, reduziert alle Ressourcenkosten um 20%. Und der Dreier-Bonus, euer verursachter Schaden ist um den Prozentsatz eurer Abklingzeitreduktion erhöht und euer erlittener Schaden ist um den Prozentsatz eurer Kostenreduktion reduziert. Dementsprechend finden wir auch in diesem Bild, in dieser Spielweise wieder enorm hohe Abklingzeiten wieder und auch von Ressourcenkostenreduktion profitieren wir, da dies durch dieses Captain Karmesens Set einfach in Defensive umgewandelt wird. Die benötigten Armschienen für diese Spielweise sind Cäsars Andenken. Wenn ihr Gegner blendet, einfriert oder betäubt, erleiden sie 5 Sekunden lang 792% mehr Schaden durch eure Fertigkeit Gewitterfront. Das Ganze geht hoch bis 800 und auch hier kann ich euch nur empfehlen, nehmt Armschienen, die wirklich sehr hoch im legendären Affix gerollt sind und das ist auch die Thematik, warum es so wichtig ist, dass wir bevor wir das Kanalisieren von Gewitterfront beenden, einmal diesen Lichtblitz auslösen, denn damit stellen wir halt sicher, dass unsere Gegner geblendet sind und sie bekommen dann 800%, also bis zu 800% mehr Schaden vom Skill Gewitterfront. Die Waffen, die wir hier spielen, da ist es so, dass wir auf jeden Fall Won Kim Lau mitnehmen, diese Waffe ist jetzt neu überarbeitet und hat einen neuen legendären Affix erhalten, Treffer mit Gewitterfront aktivieren Zyklonschlag und beide Fertigkeiten verursachen 600% mehr Schaden. Ja und der zweite Waffenslot, den habe ich jetzt aktuell belegt mit einem Schweinemörder, da gibt es tatsächlich viele, viele, viele Variationsmöglichkeiten, der Schweinemörder funktioniert sehr, sehr gut, weil es halt ja ein Item ist, was einen primären Stud mehr tragen kann als viele andere Items. Es hat sekundär sehr interessante Stuts drauf und es ist ein Dolch, das heißt also, wir haben dadurch generell sehr viele Angriffe pro Sekunde. Allerdings gibt es hier tatsächlich sehr viele Alternativen, wie ihr hier in meinem Inventar sehen könnt, all diese Waffen habe ich ausprobiert und all diese Waffen funktionieren. Die in meinen Augen wohl beste und sinnvollste Waffe wäre der Blauzorn. Der Blauzorn hat einen entscheidenden Vorteil, auf diesem Schwert rollt immer Kältefertigkeitsschaden, das heißt also, dadurch, dass Gewitterfront mit der Rune Gegenwind eine Kältefertigkeit ist, haben wir hier nochmal ein erhöhtes Schadenspotenzial und wir haben im sekundären Bereich immer diese Chance, pro Treffer den Gegner einzufrieren mit enthalten. Einfrieren kommt uns zugute, dadurch lösen wir auch unsere Armschienen aus und dementsprechend würde dieses Schwert hier wirklich perfekt reinpassen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, der Blauzorn, den ich zur Verfügung hatte, war so unterirdisch gerollt, dass ich mich dann doch eher in dem Moment für den Schweinemörder entschieden habe. Wie gesagt, das entscheidet ihr am besten so, was für euer Bild, für eure Zusammenstellung am besten funktioniert. Probiert einfach ein bisschen rum. Ingeom hilft euch bei den Abklingzeiten, Blauzorn, wie gesagt, der Kälteschaden, der rachsüchtige Wind macht euch schneller, dadurch, dass wir mehr Stapel vom reißenden Wind erhalten können. Der Sonnenhüter hat den erhöhten Elite-Gegner-Schaden, die Vorschlagsfaust ist immer unten mit dem Stud-Gegner zu betäuben ausgestattet. Schnitt funktioniert dadurch ganz gut, weil wenn diese Gegner vor Neid platzen, sind das enorme Schadenszahlen, die dabei produziert werden und die scheilende Wut gibt uns mehr Attack-Speed und mehr Movement-Speed nach dem Töten von Gegnern. Der Schmuck, den wir hier im Bild haben, ist zum einen die Zusammenkunft der Elemente, das ist diese schadenserhöhende Rotation und beim Mönch ist es leider Gottes so, dass es fünf Schadensarten sind, die dort durchrollen. Das heißt also, wir haben hier eine Phase mehr, die wir abwarten müssen und insbesondere die Kältephase ist natürlich für uns interessant. Des Weiteren ist es eine Einheit. Dieser Ring sorgt dafür, dass jeglicher erlittener Schaden zwischen den Trägern dieses Gegenstandes geteilt wird. Dementsprechend drückt ihr eurem Begleiter auch so eine Einheit auf und sorgt dafür, dass der nicht sterben kann und danach erleidet ihr einfach 50% weniger Schaden. Beim Amulett ist es ein Duft der Zeit und dieses Amulett sorgt dafür, dass Pyloneffekte doppelt so lange anhalten. Die Gegenstände, die sich in Kanais Würfel befinden, sehen wie folgt aus. Das ist auf dem Waffenslot das Gleichgewicht, erhöht den Schaden von Gewitterfront um 600% und gewährt der Fertigkeit eine kritische Trefferchance von 100%, wenn sie drei oder weniger Gegner trifft. Auf dem Rüstungsslot ist es Lefebres Monolog. Zyklonschlag reduziert euren erlittenen Schaden fünf Sekunden lang um 50%. Jetzt wird der eine oder andere sich wundern, Zyklonschlag, das ist überhaupt gar nicht im Skillset. Warum jetzt dieses Item? Das liegt daran, dass wir mit Won Kim Lau spielen und diese Waffe sorgt halt dafür, dass Zyklonschlag automatisch ausgeführt wird, wenn wir Gewitterfront aktivieren. Gewitterfront haben wir 99% des Rifts überaktiviert und dementsprechend haben wir auch die ganze Zeit den Effekt von diesem Item hier aktiv und erhalten einfach nochmal 50% weniger Schaden. Der Schmuckslot ist belegt mit dem Ring des königlichen Prunks. Dieser Ring sorgt dafür, dass wir trotzdem wir nur fünf Items von dem Itemset Muster der Gerechtigkeit und nur zwei Items von Captain Carmesons Gardero betragen. Trotzdem in den Genuss jeglicher Set Boni dieser beiden Sets geraten und dementsprechend das Ganze auch so miteinander kombinieren können. Wie immer ist es bei den Ringen so, packt einfach den am schlechtesten gerollten Ring in den Würfel und die anderen beiden Ringe tragt ihr am Charakter. Bei den legendären Edelsteinen ist es so, dass ich mich hier für das Verderben der Gefangenen, das Verderben der Geschlagenen und den Teguk entschieden habe. Und bei den Paragon Punkten sieht es wie folgt aus. Dort habe ich natürlich als allererstes mal die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, sodass ich in Summe mit Ausrüstung und Paragon 25% Bewegungsgeschwindigkeit habe. Danach habe ich sämtliche Punkte in Geschicklichkeit investiert. Bei der Offensiven ist es so, dass wir zuerst die Abklingzeitreduktion mitnehmen, danach die kritische Trefferchance, dann den kritischen Trefferschaden und zum Schluss die Angriffsgeschwindigkeit. Bei der Defensiven zuerst die Widerstände gegen alle Schadensarten, danach das Leben, dann die Rüstung und zum Schluss die Lebensregeneration. Und beim Abenteuer zuerst die Ressourcenkostenreduktion, danach den Flächenschaden, dann das Leben pro Treffer und zum Schluss den Goldfundbonus. Die Spielweise des Builds ist ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also zumindest für mich war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn wir einen Rift betreten, aktivieren wir als erstes unseren reißenden Wind, danach unsere Offenbarung, suchen nach den ersten Gegnern. Und sobald wir die ersten Gegner gefunden haben, aktivieren wir unser Mantra der Entrückung und auch die Gleichmut und fangen dann an, unseren Skillgewitterfront zu kanalisieren. Und ihr seht, dann tickt unten dieser Zähler hoch und am sinnvollsten ist es dann natürlich, wenn wir in der Kältephase der Zusammenkunft der Elemente angekommen sind, dann zünden wir, während wir noch kanalisieren, den Lichtblitz und lassen dann die Taste zum Kanalisieren los. Sodass dann diese Eisexplosion in der Kältephase auf unsere Gegner trifft. Und ihr werdet sehen, wenn das richtig getimt ist, sind das absolut gigantische, enorme Schadenszahlen, die dabei zustande kommen. Aber es ist natürlich ein bisschen tricky. Wir versuchen natürlich ansonsten unsere defensiven Buffs so oft wie möglich einzusetzen. Insbesondere das Mantra können wir ja permanent aktivieren, denn das Mantra hat keinerlei Abklingzeiten, das kostet uns nur ein bisschen Geisteskraft. Und die generieren wir tatsächlich sehr, sehr üppig. Dementsprechend fällt das nicht ins Gewicht und wir können tatsächlich sehr, sehr häufig vom Mantra der Entrückung profitieren. Der grundlegende Ablauf ist aber tatsächlich immer der gleiche. Das heißt, wir kanalisieren so lange, bis wir einige Stacks zusammengesammelt haben und aktivieren dann noch, während wir kanalisieren, unseren Lichtblitz. Lassen dann die Taste zum Kanalisieren los und schauen der gigantischen Explosion dann einfach nur noch zu. Das wiederholen wir so lange und konzentrieren uns, wie gesagt, dabei so ein bisschen auf die Elitegegner, bis dann halt einfach der Rift vorbei ist und versuchen, währenddessen unsere defensiven Buffs aktiv zu halten. Das alles könnt ihr euch jetzt gerne im Gameplay nochmal eine Runde anschauen. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Muster der Gerechtigkeit. Viel Erfolg und viel Spaß weiterhin in Saison Nummer 19. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020